Die Welt muss sich verändern. Es ist Zeit. Zeit aufzustehen. Für eine Revolution. Stimmt schon. Es muss etwas passieren. Etwas Großes. Aber müssen dazu alle auf die Straße gehen? Oder reicht es, einfach zur Arbeit zu gehen? Jeden Morgen. Du musst kein Rebell sein. Kein Fahnenträger. Kein Redenschwinger. Oft sind es gerade die Stillen und Bodenständigen, die wirklich etwas verändern. Denn wahre Veränderer müssen nur eines haben. Herz. Hören wir darauf. Dann wird jeder Herzschlag zum Startschuss in eine bessere Welt. Und die Revolution kann beginnen. Wer volle Kraft vorausfährt, hat auch Kraft in alle anderen Richtungen. Wer viel Kleines bewegt, bewegt am Ende Großes. Wer in kleine Details verliebt ist, erlebt die große Liebe. Wer neue Wege geht, folgt genau der eigenen Linie. Wer Verbesserungen sucht, kann auch einfach mal zuschauen. Wer den Fakten glauben will, sammelt sie selbst. Entschlossen für Veränderungen aufzustehen, geht auch entspannt im Sitzen. Denn Komfort heißt nicht, jeden Handgriff wie gewohnt zu machen, sondern gar nicht. Revolutionäre passen nicht sich an, sondern die Welt. Wenn die Zeit gekommen ist, geht es los. Ohne zu zögern, egal wie die Umstände sind. Denn um weiter als alle anderen zu gehen, darf man nicht stehen bleiben. Und nicht auf jeden hören. Nur auf andere, wahre Veränderer. Die Zeit für mehr Unabhängigkeit ist gekommen. Der neue Lexion. Echte Revolutionen beginnen im Herzen. Echte Revolutionen. Untertitelung des ZDF, 2020